Moin! Willkommen im weihnachtlich dekorierten Hamburg. Zuerst springen wir von Barmbek aus nach Wandsbek. Wir stehen vor dem Busbetriebshof an der Wendemuthstraße. Die Hochbahn hat hier einen Tannenbaum und die Büsche an der Einfahrt geschmückt. Den ganzen Abend fahren die Busse der Linie 8 in dichtem Takt vorbei. Als nächstes geht's in die Innenstadt. Die Mönckebergstraße ist zurzeit für Busse gesperrt und somit vorübergehend eine Fußgängerzone geworden. Die Busse fahren durch die parallel verlaufende Steinstraße. Entsprechend dicht folgen sie dort aufeinander. Vor dem Rathaus ist ein großer Weihnachtsmarkt aufgebaut. Hier sehen wir von der Resendammbrücke aus zum Rathaus und zur Rathausschleuse. Am Jungfernstieg steht der nächste Weihnachtsmarkt. Die Busse verkehren hier auch am Sonntag. In dichter Folge. Nur etwa 400 Meter weiter, auf dem Gänsemarkt, finden wir schon den nächsten Weihnachtsmarkt. Untertitelung des ZDF, Märzischbrückstraße und Museumschädigstab Augustrum. Wir haben den H2-Hjusbrückstraße für den H2-Husbrückstraße. Gäste. Wir haben die Nahrungsradage. Bertrand. Sie steht in der H2-Husbrückstraße. Sie steht in der H2-Huspunkstraße. Nordenhausin in die H2-Husbrückstraße. Er ist in der H2-Husbrück insанный in der H2-Husbrückstraße. Die Dammtorstraße und der Stephansplatz sind mit diesen großen weißen Lichtsternen geschmückt. Auch vor der beleuchteten Leishalle, einer Konzerthalle, steht ein Tannenbaum. Mit diesen Bildern wünsche ich euch noch schöne Adventstage. Alles Gute für Weihnachten und sage Tschüß bis zum nächsten Mal.